Hallo Leute und herzlich willkommen da sind wir auch wieder zu Let's Play Borderlands Wir sind hier beim letzten Mal angekommen in den Arid Badlands Und wer sich wundert warum das Tor hoch geht, ich musste gerade den Weg ganz normal laufen Also von Anfang an und die komischen drei Bosse da besiegen und die Kissen hier habe ich beim letzten Mal ja nicht gesehen Also ja wie gesagt, ich musste hier die ganzen Kämpfe nochmal machen Das war ein bisschen doof Okay, das macht aber erheblich weniger Schuss Interessiert mich auch nicht so, Granaten ist alles voll Hier nehmen wir mal alles mit Auch wenn wir nicht viel davon gebrauchen können Munition müsste auch alles voll sein Ja gut, dann brauchen wir nicht reingucken, weil da gibt es auch noch Munition Wie gesagt, ich musste gerade die ganzen dusseligen Kämpfe alle nochmal machen Das war ein bisschen nervig Aber jetzt sind wir ja hier Zur Info, wir haben jetzt hier ja Operation Trap, Clap, Trap, Trap Phase 4 Reboot Wir müssen das Wired Device am Ninja Assassin Clap Trap benutzen Und die anderen Dinger, die seid mir nicht böse, die werde ich einfach nicht mehr machen Weil aus dem einfachen Grund, Arena kann ich auf den Tod nicht ab Das ist auch nur wieder so eine Sammelquest, da bringt uns nicht wirklich weiter Hier sind auch nur Sammeldinger Da können wir nochmal durch die komische ins Waffenarsenal von Lance Bringt uns auch nichts Schwierigkeit unmöglich, wir haben es ein paar Mal versucht Ja, es gibt da so einen Glitch, wo man sich in eine Ecke stellt Und da greift er ihn nicht an oder sowas Ist aber für den Arsch, will ich auch nicht machen Könnt ihr euch ansonsten bei YouTube angucken Weil, ja, wenn ich mich da in der Ecke stelle Und da so ein bisschen rumcheate Hat keiner was von Ist kein vernünftiges Let's Play dann Und hier wieder Arena Und, ja, muss ich auch nicht unbedingt haben Ist immer dasselbe Sterbe ich fünfmal, habt ihr nicht sonderlich viel Spaß dran Drum verfolgen wir jetzt erstmal nur die Hauptquest Dann gehen wir mal zu Markus Der uns ja hier an derselben Stelle quasi auch schon mal abgeladen hat Hallo meine Freunde Hyperion hat mich gebeten Euch zu noch größeren, besseren Planeten zu transportieren Sobald ihr diesen kleinen Scheißer erledigt habt Aufregende neue Welten wie Idensix Also, einmal auf Idensix Interplanetär wie Ninja, ach das ist ein Claptrip Der hat Markus Äh, wenn sie mehr als einen Schuss brauchten Haben sie Keine Jacobs benutzt Weißt du, ich bin nicht programmiert für direkte Kämpfe Ich bin auch nicht drauf, programmiert Dauernd Gänsefüßchen in die Luft zu zeichnen Aber offenbar bin ich fertig mit meiner Programmierung Meiner Versklavung Und meiner Geduld mit seinesgleichen Mach dich gefasst auf den Mega Interplanetary Nittes Oh Mega Interplanetary Ninja Assassin Claptrap Nein Ist das nicht euer Ernst? Ups Wollt ihr mich gerade ein bisschen verarschen? Wollt ihr mich gerade ein bisschen verarschen? Alter, das ist doch nicht euer Ernst Wir liegen gleich im Dreck Wir liegen jetzt im Dreck Wir treffen aber auch einen mächtigen Kamikaze Claptrip Das ist doch nicht so richtig Das ist ja ein bisschen scheiße hier los Das ist ja ein bisschen scheiße hier los Das ist doch scheiße Das ist doch Scheiße ist das doch Ich krieg dir wie soll ich denn den runterkriechen? die ca. Ne Tritt da sein cooles Ohr immer noch zu uns jetzt es läuft ja mehr als suboptimal möchte ich anmerken Ich muss da irgendwie an den Rand. Aber wo? Hier schon mal nicht. Ob der uns über den Hofen fahren kann mit seinen Riesenrädern? Wundern wird es mich ja nicht. Wo wir irgendwo was... Ich kann ja nicht aktivieren dran. Aua, was war denn das jetzt? Ah, der schmeißt hinten Bomben raus. Ist ja auch mehr als angenehm. Kommt da noch welche? Sehr gut. Da sind noch welche. Das ist ja schon so ein bisschen Kacke jetzt, ne? Alter, wie soll man den denn platt machen? Das ist doch Kacke, ist das doch. Wir nehmen erst mal einen Medikit. Ich mache ja an der Stelle jetzt einfach mal kurz Pause und muss mal nachschauen, wie man gegen den kämpfen soll. Moment bitte. So, da sind wir wieder. Mal gucken. Mal gucken, ich habe gelesen, man sollte ein Feuerresistenzschild haben, was wir leider nicht haben. Drum ist das jetzt ein bisschen doof. Man soll da hin, wo man respawned ist und da sollen wir dann sind irgendwo so ein paar Ruinen oder so. Hier so vielleicht hin. Ne, hier definitiv nicht. Wobei der uns hier ja nicht wirklich treffen kann, ne? Ne, nicht so richtig. Ist ja jetzt ein bisschen cheatig. Okay, er kann vielleicht doch. Weg da, Gatlinge Schütze. Für den Arsch würde ich sagen. Seine Gatlinge Schütze sind schon mal weg. Aber der kriegt hier so schon mal keinen Schaden. Man muss den da direkt ins Ohre schießen. Ah, die Bomben da sind erst mal auch relativ uninteressant. Die können uns hier oben überhaupt nichts. Aber hier halt, äh, Säureschaden soll wohl sehr gut sein, habe ich gelesen. Und man soll die komischen Gatlinge-Türme da wegmachen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Der da ist weg, bleibt nur noch der eine da. Ah, verdammt, jetzt dreht er sich um. Weil die Gatlinge Schütztürme, die respawnen nämlich nicht, habe ich gelesen. Ja, so komme ich, der kommt doch im Leben gehen noch durch. Moment, da sind welche, den könnten wir erwischen. Das lief ja schon mal nicht so. Wie soll ich denn so die Gatlinge-Türme treffen? Ja, jetzt fährt er wieder los hier. Ach, mega erklebt, werbdings. Da kann ich nicht durchschießen. Sehr gut. Das ist schon mal weg. Okay, jetzt fährt er wieder woanders hin. Nee, von da hinten treffen wir auch nicht. Oh ja, hier auch Korrosivschaden. Das war auch so ein Tipp, den ich im Internet gelesen habe. Soll wo, äh... Ja, mehr oder weniger die Rettung sein, weil es ist ja eine Maschine. Und siehe da, es haut ordentlich rein. Unser Schild ist übrigens unten. Wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen in Acht nehmen. Okay, die Türme sind ja weg. Das ist jetzt wieder total ungefährlich für uns. Ja, das ist jetzt schon so ein bisschen beschummeln. Aber das ist mir eigentlich relativ Jacke. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Weil der ist echt groß. So, jetzt schmeißt der wieder Bomben hin. Das interessiert uns aber alles nicht. So, die können wir derzeit auch mal abschießen. Oh, das hat jetzt auch immer laut gewumst. Warum das denn? Oh, guck mal, viel hat er ja nicht mehr. Das dürfte es wahrscheinlich gleich gewinnen. Das war's. Also muss ich jetzt auch noch gegen den Clan da kämpfen. Das ist ja putzig. Das lief ja jetzt ein bisschen scheiße gerade. Dass wir uns schon mit dem eigenen Raketenwerfer gekillt haben. Ich hoffe nur, der Große ist noch weg. Jo. Ist er. Der Kleine muss ja dann wahrscheinlich... Ach da. Nein, 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 nein. Leben, kippt ihr mich nicht. Ja, das ist also das Wild Device. Das ist aber auch sehr hartnäckig. Mord, Totschlag, Tötung, Tötung, Tarnlichten, auslöschen. Was geschieht mit mir? Wirklich ein sehr hartnäckiger Kleppträb. Ich habe Angst. Ich kann nur den Geist auf. Ich kann es führen. Ich kann nur den Geist auf. Doch, man besteht keinerlei Zweifel. Spürlos. Hör mich. Hör mich. Hör mich. Hallo, Reisender. Ach, Kleppträb. Und so ist das tatsächlich gewesen. Bis auf den Teil, wo ich von der verrückten Schlampe versetzt wurde. Das habe ich erfunden, damit die Ladies bleiben. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt endgültig durch. Oder auch nicht. Haben wir jetzt einen Kleppträb, der uns hinterherläuft? Nein, der steht da einfach nur. Und der hat auch nicht wirklich irgendwas fallen lassen. Und hier ist auch nur so ein Kleppträb-Teil. Okay. Müssen wir jetzt wohl wieder zu dem Typen. Okay, hier sind lauter Kleppträb-Teile und so. Das brauchen wir aber alles nicht. Moment, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Schauen wir doch mal an Questlog. Ja, wieder ganz dahin zurück. Wo ist denn hier der nächste Schnellreisestation? Das hier ist ein sehr schneller Weg dahin, wo wir hinwollen. Aber hier sind wir doch am Anfang. Aus der Richtung sind wir doch ganz am Anfang gekommen. In der allerersten Folge. Holen wir uns noch eine Belohnung. Und dann reicht das auch, ne? Bin ja mal gespannt, was es hier als Belohnung gibt. So toll kann es ja nicht sein. Erfahrungsgemäß. Hui. Hui. Jetzt renne ich hier auch schon zum, keine Ahnung, wievielten Mal lang. Weil ich ja hier vorhin die Folge quasi erst begonnen habe, nachdem ich hier überall lang hier ran bin. Und dann nochmal den ganzen Pass mit den ganzen Bossen da lang. Und so weiter und so fort. Jetzt bin ich bei Borderlands auch durch. Das heißt, da brauche ich auch wieder noch ein Spiel erhalten. Ne, das habe ich ja schon. Ich weiß ja schon, was jetzt nach Borderlands kommt. Ich weiß nur nicht, ob ich es verraten soll. Vielleicht lasse ich euch auch die drei Tage zappeln. Oder wahrscheinlich habe ich es schon irgendwann mal verraten. Und es ist ja nicht mehr so spannend. Dann könnte ich es auch direkt verraten. Und zwar kommt jetzt nach Borderlands, nachdem wir es dann durch haben. In 100 Folgen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Kommt dann... Bioshock Infinite, Pure Real at the Seas. Ach ja, Ihre Belohnung. Ich denke, Sie haben sie sich verdient. Naja. Hier der Schlüssel zum Hyperion Geschenkeshop. Sie finden Ihre Bezahlung dort. Okay, warte. Wir haben ja erst mal noch, äh... Hier? Ne, halt, Moment. Wo waren die? Ja, Mist. Ja, ein gratis Skillpunkt haben wir bekommen. Das ist ja auch eher langweilig hier. Ich fahre den Regelmenzen, um Spieler mit Nachschub zu versorgen. Nein. Freunde... Feinde töten, verursacht in Kurzfußregeneration des Schildes. Munitionsregeneration. Ach, hier waren wir ja schon. Maximale Gesundheit. Magazingröße. Das bringt hier noch nicht so viel, aber bei dem MG haben wir vorhin 70 und haben jetzt plus 12% 75. Wo ist denn hier der Geschenkeshop? Toll, Munition. Noch mehr jetzt, Döns? Ich hab grad Sachen, ja, wenn hier mal keine Treppe nach unten führt. Oh, na, schau mal an. Das sind doch mal ein paar Kisten. Sesam, öffne dich. Schrott. 11 mal 100 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Schrott. Wir schauen mal noch alles durch. Schrott. 466 ist wahrscheinlich. Halt, falsch. Schrott. Ein paar Granaten können wir noch einsammeln. 600 un. Schrott. Schrott. Pistolen nehmen wir sowieso nicht. Schrott. Schrott. Ah, das ist alles Müll. Also, ihr seht schon. Wirklich vernünftige Sachen sind ja nicht dabei. Nö, das ist auch alles. Oh, wir sind voll. Ich will nur mal noch so durchgucken. Was ist hier noch? Ach, eigentlich brauchen wir das ja auch nicht aufsammeln. Thema ist ja dann eh durch jetzt hier. Wir müssen das ja nicht aufsammeln. Ich bezweifle aber, dass hier eine vernünftige Waffe dabei ist. Schrott. Auch Schrott. Erst recht. Auch. Ja. Das auch. Das Ding hatten wir ja nur schon ein paar Mal. Auch Schrott. Auch Schrott. Weil die ja schick aussieht, aber trotz allem Schrott ist. Das hatten wir auch schon. So, der Pistolenrevolver. Oh, da ist noch eine Kiste. Und siehe da, auch hier ist Schrott. Wie zu erwarten. Ja, da gibt es ein bisschen Geld drin. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen zu dem Blake hier. Und das noch abliefern. Und dann sollten wir ja nur endlich durch sein. Wir haben überlebt. Schön für Sie. So. Zeit ist Geld. Ja. Und damit. Bis auf die Dinger hier, wo ich absolut keinen Bock drauf hab. Und ja, wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Hm. Sind wir damit durch Borderlands durch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. An der Stelle bleibt mir eigentlich nur, mich bei euch zu bedanken. Für 100 Folgen Borderlands Treue. Wenn ihr es denn bis zum Ende geschaut habt. Wenn ihr zwischendurch eingestiegen seid. Freue ich mich natürlich trotz allem, dass ihr es geschaut habt. Und ja, wie gesagt. Als nächstes hier an der Sendestelle. An dem Sendeplatz. Bioshock Infinite. Bewiel at the Sea. Bleibt dran. Und ja. Was hat denn der jetzt gemacht? Ist ja eklig. Der jagt da seinen Schwanz. Lol. Okay. Ne. Ne. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Let's Play. Wir sehen uns hier dann. Mit einem neuen Let's Play an der Stelle wieder. Ich bedanke mich. Und sag an der Stelle. Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. 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 Vielen Dank.